Weggemobbt. Ich spawn weggemobbt. Ich bin so blöd. Ich hab... ich hab... Wir müssen unser Haus verteidigen, aber komplett. Yo, mach's Schaden. Yo. Yo! Was machst du? Yo! Ich dash immer zu diesen Dingen hin. Dieses ist so geil, dieses Teko. Nee, mein Bogen ist Cursed. Lieber Robin. Ich hab plus 28 Damage, aber ich bin Cursed, wenn ich's halte. Aber nur, wenn ich's halte. Ähm. Hier, ich hab... hier, hier hab ich welche hin gemacht. Die weiter unten auch noch. Hier. Perfekt, Alter. Oh mein Gott, 10 HP. Das wird so fett abgebaut. Sind wir richtig hier? Okay. Okay, da kommt was. Ich wurde Instinct gepoppt. Warte, ich glaub, unten geht's wieder weiter. Ich hab jetzt auch... Du musst die Treppen auch abbauen, gell? Hab ich. Also kann ich ins Wasser sogar dropen, glaub ich. Du kannst du, du kannst du so ziehen. Wie man so NPC-Childe auch unten. Echt so, Alter? So halb unten und am Haus. Ja, echt. Der chillt komplett da. Wie Robins einfach nicht gecheckt hat, was abgeht, weil er die ganze Zeit Schaden verloren hat. Er war so fett cursed. Perfekt, Alter. Oh mein Gott, schau mal wie viele Links da sind. Oh mein Gott. Okay. Okay. Mal ertrinkt so schnell. Lass mal kurz zubauen. Bau weiter. Junge, du hast gefett fingert. Nee. 6 HP. Hey, wieso geht das was? What is that? Junge, es ist so ein Cringe. Wir müssen nur bis da runter. Yo. Alter. Ist nicht hart rücken, Yves. Ich kann nicht, ich hab nix. Yo. Fuck it. Okay, okay. Vielleicht sind wir da. Easy. Hab da fett. Wir müssen es ableiten. Bisschen. So, dass wir nicht krepieren. Ähm. Easy rips, Alter. Ich will es nur ein bisschen so nach da ableiten irgendwie. So als mit so ner Treppe, weißt du? Perfekt. Ja, das reicht schon. Nee, reicht's nicht. Okay. 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 Wir müssen noch. Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Äh, die ist vermutlich, die spawnt. Die spawnt noch ne Zeit. Lass mal noch ein bisschen hier reinleiten. Da kommt doch eh wieder so viel Wasser. Nein, mach nicht. Okay. Okay. Okay, da unten ist so ein Ding, Alter. Pass auf, da unten ist so ein Ding. Okay. Wir haben kein Wasser. Doch, wir haben oben Wasser. Ich hab da zugebaut. Ich hab da zugebaut, da. Wie weit sind wir jetzt schon unten? Ziemlich weit. Ja, da wo wir waren. Der Guide chills da unten. Aber anders chillt der da. Ja, mein Invental ist so zugemüllt. Oh mein Gott, ich verliere so schnell Luft. Oh mein Gott. Zieh durch. Da kommt so ein Fisch. Ich baue zur Sicherheit zu. Warte mal, wenn wir runterkommen, dann prallen wir da auf. Wenn wir da runterkommen, prallen wir da auf, Nils. Ähm. Okay. Du meinst, wir sollten aufbauen mit Wasser? Nee, lass einfach mal. Ich hab's reingekommen. Aua. Ich bin tot. Der macht so viel Schau. Das ist ein Madness. Da war noch ne Falle. Das waren zwei Fallen. Spice. 10 von 10 Bamboo sind schon wieder. Alter, du bist schon wieder cursed. Ja, weil ich den Müll in der Hand hatte grad. Junge. Ich baue dir wieder das Dinger hin. Ich baue dir wieder das Dinger hin. Hä? Okay. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab das vergessen. Oh mein Gott. Hartz. Ich bin doof. Komplett, Alter. Ähm. Hab ich irgendwie ne Potion oder so? Junge, ich muss mal kurz was ablegen. Ich baue schon wieder so viel Müll im Tag. Yo, Alter. Extreme. Warmhole Waterwalking Portion. Nee, wundern. Ah, Nils, du kannst mir die Warmhole geben. So, warte mal. Ich baue jetzt wieder unten so Dinger hin und du wartest auf mich. Dann, wenn's safe ist, sag ich, du kannst runterspringen und dann krepiere ich. Und dann exporte ich mich zu dir. Okay, ist safe. Warte, ich... Hab jetzt mal grad ein paar Bars gemacht. Geht's überhaupt? Ja. Nein. Oh. Das ist safe. Ich mach mal alle meine Aars zu Bars, okay? Yo. Ciao. Ich hab acht Bars bekommen, hier. Und die Bars tue ich da mal rein? Ja. Oh, das Lied ist so geil. Das ist so schön, Alter. Welcome to Bright Falls. Vom Alan Wake Soundtrack. Nice. Und... Also, du musst unten wieder dann B drücken. Also, auf der linken Seite. Okay. Ten out of ten Bamboozles. Okay. Ich fick den. Ich hab den Schleim. Ich hab den Schleim. Ich hab den Schleim. Wir müssen das hier aufbauen. Was? Achso, du bist doch in der Falle. Ich hab den Schleim. Ich glaub nicht. Ich glaub ich es nicht. Warte, du bist beide. Den Bounce. Ich hab den Schleim. Oh. Wir haben schon 47 Eisen. Sie würde fallen, Digga. Ne, mein... Mein Bogen hat 4% Grid Chance, 5% Pro... 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 绛قي... Okay. Ich hab Welcome Fettfinger. Ah, was? Ich bin auf so nem Fettfinger gelandet. Hä? Okay. Wieso bist du nicht in nem Ding ange... Agrallt? Fertil tower Oh mein Gott, ich rede so alt und hab komplett gefettfingert. Okay, nochmal! Voll激... sich das damit was die Akkursen bei holding die Seiten siebenundzwanzig schenzen Fick der Konkurrenz vor zwei Sekunden das kann ich habe die Leute beim Busen in einem Bogen der ist er ist Fäckchen das habe ich gemacht das ist jetzt nicht passiert da war wieder eins von diesen komischen Hühnern ist so gesprungen ich bin drauf gelandet wurde abgebounced und habe den Fallschaden bekommen weil ich dann auf der Kante oh mein Gott ich habe alles auf Aufnahme das wird 10 von 10 beim Busen schon wieder komplett Reset mal deinen Fallschaden hier schon wieder gefett fingert aber werbe Alter da kommt so ein Dreckswurm Kannst du dich grappeln bitte? Nein! Hä? Ja! Ich bin zweimal auf dem gelandet Was? Ja! Ich bin so auf ihm gebounced zweimal und dann habe ich... Konntest du dich nicht übergrappeln? Ja irgendwie nicht Klasse Fall Save Lass doch mal gleich in den Dschungel gehen wenn wir eine Eisunterrüstung haben und bis unten durchgebellert haben Reset mein Fallschaden Was ist passiert? Ja wie? Ja wie? Ein Viking Da kam der Auf dem bin ich vorhin zweimal gelandet Lol So gebounced auf seinem Head Ok jetzt schaffe ich es nicht Gleichzeitig Ok Yolo Ey drückt mal W Ok ich bin gebounced Sein Was? Was ist passiert? WTF? Ich glaube du krepierst Ok Ok die sind zu nah Äh zu weit weg Ok ich baue jetzt ne ganzen Rope Seil bis ganz nach unten Ok so ein Vieh ich hab mich gedippt aber du kannst landen und das ist unter die Party Ok so ein Vieh ich hab mich gedippt aber du kannst landen und das ist unter die Party Ich wurde so gerippt Ich wurde massakriert das wird sogar da alter Ja ok wir können jetzt landen perfekt alter wir dürfen jetzt einfach nicht von dem Vieh hier gelippt werden Hey alter das ist so anstrengend Beutels alter Was für Beutels Aber man kann jetzt wenigstens landen alter jetzt ist alles safe Das ist schon mal gut Ok Schaden resettet Ok Schaden resettet Ich auch Pass auf pass auf Pass auf Falle pass auf Falle ok Pass auf das ist ne Falle Geh nicht auf die Falle da ist ein Knopf Ok alles safe Ich glaube da ist noch ein Knopf Was ist jetzt nicht passiert Ich hab sie gecallt alter weil ich es gesehen habe dass da zwei Fallen sind Ja ich dachte mir schon aber ich wusste nicht dass sie da direkt ist Ach du kacke Und wie du ein Nacki genau noch in der Kante drauf glänzen Wie die Rübe gebounced wurden von der Fledermaus Ist ja auch geil Ok Schaden resetten Lol Ok ich werd gedippt Alles safe Ok doch nicht so safe Pass auf da ist ein Vieh Pass auf geh nicht auf die Pressure Plate Yikes Ok ich werde zu wissen Easy ok Ich baue diesen Dreck jetzt ab alter Oh Oh Ähm Du krieg hast den Dreck abgebaut Ich werd sonst vielleicht nochmal drauf gelanden Ok lass einfach weiter bauen Ey wir müssen jetzt genau schauen wie es weiter geht Tapir so So oder Ok Fledermaus Bist du sicher dass es so weiter geht Bist du sicher dass es so weiter geht Ne warte 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 Wo geht's weiter Schiel mich mal alter Wie du dich einfach gekürzt bist Ok Ok Habs Yo ist hier wieder viel im Wasser ja alter Der ist ein Piranien runtergefallen Aus dem heiteren Himmel Hä Das Piranien hat dir das Leben gesaved Pass auf Nies der kommt rein Oder zu Hallo 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 Achtung Ok wir werden so schnell Oh mein Gott Das geht nicht Oh oh Ich kann nicht fettfingern Ich kann nicht fettfingern Du hast von der Falle gekürzt Ja Es kam doch so ein Pfeil von der Falle Aber wir können jetzt instant runter landen Wir müssen einfach Dieses Wasser wegbekommen Zieh durch Blood A vicious And Sinister liquid Blood A viscous And Sinister liquid Ok 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 Ich hab die Legendary Juckels Ich werden gleich mal ausgerüstet Pass auf, pass auf Komm hier hoch Oh mein Gott Ok Hast du eine Idee wie wir weitermachen können? Wir müssen Wir müssen Wasser ablassen Würde ich sagen Oder Ja eigentlich schon Also in die Richtung Hier komm in die Richtung Ö Oh stets Und hier abbauen so dass wir es hier durch ablassen können Pass auf mein Eck trinkt immer noch ziemlich schnell mir scheint es nicht so zu funktionieren ok wir kommen in meine Richtung ok na es ist auch eine gute Idee ich komme oben durch dann habe ich aber vielleicht keine Ropes mehr doch doch ich kann auch bei dir herstellen Perfekt Achtung Yves wir müssen es jetzt irgendwann mal ableiten ja echt so wir können es jetzt schon ableiten auf die Seite auf eine Seite probiere es abzuleiten so einen breiten Gang oh mein Gott ich bin so low warte drück heal dich mal sonst hab nix ok jetzt geh mal nach unten geh nach unten ein bisschen auf der rechten Seite ja warte ich mach das keine Angst krepier nicht einfach warte warte nicht weiter bauen ich leite noch mehr ab ist jetzt gut ja das geht so gehts warte lass mal noch zubauen lass noch zubauen hier ja ja perfekt ok ich hab hier noch hier Vielen Dank.